So, dann schauen wir doch mal hier rein, ob bei Medusa los ist. Oh, zwei. Wie bitte? Ball www.data.fi Ball www.data.fi Ball www.data.fi Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, stecken die anderen Protonen hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, die anderen drei brauchen wir auch noch Mann, ist das schon wieder zum Haar raufen hier Ach, guck an, da ist das neu? Ach, da macht er den Laden zu, schade, zarte 22 Und wir wollen mal Power Spins sehen Los geht's Okay, versaut Äh, muss man mir los machen Das muss man aber da selbst machen hier Er fällt runter auf 100 Was? 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 Sollte Oh, es sind mal zwei. Aha. Es werden mehr. Fünf Stück, bloß Feuer. Ja, da nicht nachlassen hier. Das ist ein bisschen weniger. Nur noch zwei. Vier. Komm schon. Jawohl, nochmal die sieben. Sechser. Sechser. Los. Oh. 100 verschenkt oder wie? Wow. Schlechter Tausch. Ah, 100 kriegen wir trotzdem. Schlechter Tausch. Ja. Aber gut wie ohne mehr. Na ja, was soll's? Was willst du machen? Wenn ich will, dann will er nicht. Gut, dann wechseln wir nochmal das Spielchen. Dann schauen wir doch mal bei El Toreo rein. Los geht's. Gut, dann direkt. Und jetzt geht's. Bisschen. 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 dann läuft er wieder ganz richtig so dann schauen wir doch mal was hier los ist es 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, die Boden wollen wir nicht sehen. Oh, die zweite Rote, der nächsten ist schon Schicht im Schacht. Oh, das ist aber grün. Ah, das ist schade, Mann, nee. Aber das sollten ja nicht die schlechtesten Freispiele gewesen sein. Oh ja, immerhin. So, dann schauen wir uns doch mal eine Runde Bücher an hier. Los geht's. Oh, du kommst doch mal. Na, das war ja wieder eine ganz große Klasse. Acht Euro. Süß. So, dann kriegen wir doch hier mal eine Runde rein. 10 Freispiele. Excalibur's Choice. Höchstes Symbol. Na, dann lass mal knacken hier. Wehe wenn nicht. Höchstes Symbol. Höchstes Symbol. Höchstes Symbol. Oh, das KIA 5 Sol Köppe! Oh, Schade! So, dann gibt es hier mal 15 Beispiele. Na, komm schon! Boah, was vernünftig hier! Na, leider nicht! Na, ganz groß im Kino! Und hier mal 10 Beispiele. Äh, Forbidden Pulse! 2 Euro 1 Satz! Oh, leider nur der 10! Ah, nächster Versuch! Hm, ohne besser! Schweinerei hier! Nummer 10! Es bleibt dabei! Na, ganz prächtig! So, dann dürfen wir uns hier mal wiederholen. Los geht's! So, dann müssen wir uns hier mal wiederholen. Ah, auch nicht! Ah, keine Glanzleistung! So, dann gibt's hier mal eine Runde! 2 Euro 1 Satz! Mal schauen, was das wirkt! 2 Euro 2 Satz! Na, los! Dann packen wir uns was hinten hier an. Die dritte davon noch. Oder gleich 5er. Dann haben wir einen Schein. Schade. Zunächst mal darf es ein bisschen mehr werden. So und mal eine Runde Sparta. Zwei. Immer schieb hoch die Dinger da. Ja. Ja. Da kommt ein bisschen was geht da noch hier. Aha. Es klingelt. Sehr schön. Ich glaube das läuft. Jawohl. Ach. Action Games. Und die Nummer 20. 274. 274. 314. Damit können wir durchaus leben. Ja. Ja. Na warte mal weiter. Die kannst du auch noch hier geben. Sehr schön. Jawohl. Da sieht der Multiway Park aus. Geil. Alter. Resin mit drin. Ey. Pass es nicht. Jawohl Mann. Na warte mal 8. Na warte mal 8. Da sollte doch ein Feuerwerk drinne sind. Wähle nicht. Geil. 2,40. Ja Mann. Da dring ich nach. 1,40. Oh. 640. Feuerwerk. Feuerwerk. Oh. 2,000. Und 640. Geil. Krass. 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 Wow. Schöne Dinge. Heftig. Geil. 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 Auszahlen. Und wegrennen. Und nie wieder spielen.